Und mein YouTube-Channel besteht ja relativ viel aus Legacy, weil ich Legacy liebe und ich hoffentlich auch. Wenn nicht, vielleicht tut es irgendwann. So, da sind wir beim wahrscheinlich letzten Commander-Deck von Warhammer 40k im 2022. Es sei denn, bei den Siegel-Lehrer kommt noch irgendwas bei, das weiß ich noch nicht. Ihr wisst es schon, schreibt mir das mal in die Kommentare, ich werde nämlich vergessen nachzuschauen. Und ja, ihr wisst es schon, ich nehme hier die ganzen Videos halt relativ weit im Voraus aus. Ich habe die relativ früh bekommen, die Commander-Decks dieses Mal. Und dementsprechend, ja, hi. Ich glaube, das Video ist dann schon fast zwei Wochen alt, wenn ihr es seht. Trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet mega Spaß mit den ganzen Commander-Decks. Und habt euch auch welche geholt, wenn ihr Warhammer-Fans seid. Und wenn ihr keine Warhammer-Fans seid, habt ihr sie auch geholt. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr im Video natürlich gerne einen Like dalassen, abonnieren und so weiter und so fort. Hilft mir immens. Vor allem jetzt auch mit anderem Setup und so weiter und so fort. Ich teste aktuell ein bisschen rum. Dementsprechend kann es sein, dass die nächsten Videos schon wieder nicht so aussehen, nicht mit Facecam sind. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wie es jetzt so handelt, immer mal wieder so hin und wieder mal die Facecam von mir zu sehen. Bei den Openings. Ich finde, bei den Openings macht das nochmal ein bisschen mehr aus. Es gibt immer so ein bisschen, ein bisschen mehr, 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 cool, mehr, cool. Gut, gucken wir uns an, was wir noch haben. Oh, wahren wir das mal beiseite. Wir haben noch The Ruins of Power Chaos. Die Chaos Space Marine mit Abaddon. Abaddon kenne ich, ist ein Charakter, den ich sogar kenne. Tatsächlich, also den, der ist mir, der sagt mir was. Guckt am besten gar nicht hin, wie ich die Dinger aufmache. Das ist, das wird gefühlt von Video zu Video schlimmer. Sorry dafür. Wir haben dann diese wunderschöne Box, Abaddon drauf. Seite. Dann haben wir hier unsere Sachen. Falls ihr euch fragt, da ist kein Mülleimer. Ich werfe das einfach nur neben mir auf den Boden und muss es nachher wegräumen. Einmal Abaddon mit coolen Lebenspunktezähler. Dann gucken wir uns an, was wir haben. Und zwar einmal der Abaddon und einmal Belakor, The Dark Master. Wer es random jetzt bei diesem Video eingeschaltet hat, ich habe die anderen Decks auch aufgemacht. Da oben könnt ihr die Playlist sehen. Ich habe die anderen Decks so aufgemacht, dass ich auch gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wie die Dinge ausgesprochen werden. Ich habe Warhammer gespielt, aber halt nur Killteam. Das heißt, wir haben nur die kleinen Einheiten gespielt damals. Und ja, das hier hat nichts mit Killteam zu tun. Dementsprechend bin ich halt vollkommen raus aus dem ganzen von den Namen und so weiter. Deswegen, wenn ich Astratis, Astartis oder sonst was nicht richtig ausspreche, bitte vergeb mir. Dankeschön, Dankeschön. So, gucken wir mal rein bei dem Deck, wenn ich das hier mal beiseite gepackt habe. Wir haben Abaddon, The Spoiler. Den gucken wir uns aber in dem anderen an. Mir ist aufgefallen, die sind so dunkel in der Kamera, das sieht aber auch nicht hübsch aus. Und ich verstehe sowieso nicht, warum sie dabei sind. Weil, naja, also es sind halt diese dicken Plastikdinger. Irgendwie nicht so geil. Echt nicht. Blackberry of Nurgle. Nurgle, Nurgle, Nurgle. Nurgle ist super. Nurgle ist der beste. Spawn, Spawn, Spawn. Und schon wieder so eine Karte. Ich hoffe, ihr habt mir das in den letzten Kommentaren mal reingeschrieben, warum das so ist. Könnt ihr mir dieses Mal wieder schreiben, wenn ich es vergessen habe, wenn ich es das letzte Mal nachzufragen. Warum ist da so eine Karte mit drin bei den Token? Ich habe es das letzte Mal vergessen nachzuzählen. Ist das, ist das random? Gehört die da rein? Haben die das vergeigt? Oder, ich habe Kommentare, bitte. Blue Horror, Astartis, Warrior, 2, 2, Menace und Spawn. Auch hier wieder mit dem schönen Universe Beyond. In Grau. In Golden haben wir dann sowas. In Demon, 2, 4. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber der kann halt auch in keinem anderen Deck eigentlich drin sein. Dementsprechend wundert es mich, dass er hier einfach dann bei den Token beiliegt. Das macht halt nicht so viel Sinn. Aber gut, wann hat Watts hier auch in letzter Zeit schon Sinn gemacht? Hier ist der Pulltap so schlecht ausgestanzt, dass ich ihn nicht aufkriege. Dementsprechend wird das jetzt anders. Ah, ja, hier. Ganz einfach. Einfach in den Pulltrap-Steam. Das ist ja vollkommen ... Gucken wir uns die Karten an. Wir haben Abaddon, the Dispoiler. 5 Mana, 5, 5 Trampel. Während unseres Zuges können wir Zauber aus unserer Hand casten. Mana kosten von X oder weniger. Wir haben dann Kaskade. X ist die Name auf Leben, die die Gegner in diesem Runde verloren haben. Das heißt, wir hauen zu und machen dann Kaskade. So bam, 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 bam. Sehr cool. Auch einen hübschen Foil. Dann haben wir Belakor, the Dark Master. 6 Mana, 6, 5 fliegend. Prince of Chaos. Und zwar immer, wenn ihr ins Spiel bekommt, sieben X Karten. Wenn ihr nichts leben, wobei X die Anzahl an Demons ist, die wir kontrollieren. Sehr cool. Erstens, er ist selber ein Dämon, das heißt, er zählt sich selber mit. Zweitens, Demon Tribal. Und Lord of Torment. Immer wenn ein anderer Demon-Spielfeld kommt, fügt der Schadenspunkt in Höhe seiner Power in irgendeinem Tag zu. Demon Tribal. Ich finde die Second Commands fast immer cooler als die First Commands. Muss ich einfach sagen. Wie immer bei diesen Commando-Decks, ich gehe so ein bisschen drüber. Ich gucke mir so ein bisschen die Karten an. Ich gehe so ein bisschen hin und gucke so, oh, Lord of Changes, ganz coole Karte. Ja, okay, ganz nett. Aber ich gehe nicht auf jede Karte einzeln ein. Das ist einfach zu, zu krass. Und davon gibt es zu viele Karten. Ich gehe so ein bisschen durch, erzähle so ein bisschen zu den Artworks, ein bisschen zu den Karten, wenn ich was finde, wie jetzt zum Beispiel Mandat of Abaddon. Richtig coole Karte. Vier-Mann-Essorcerby. Kreaturen, die wir kontrollieren. Also wir suchen eine Kreatur aus, die wir kontrollieren. Und zerstören alle Kreaturen mit Stärke weniger Power als die ausgesuchte Kreatur. Wahnsinnig cool, weil wir halt eine Kreatur von uns wählen, alles am Feld, bam, und dann hauen wir halt zu oder so. Richtig, richtig cool. Aha. Ein Demon-Primarch. Auch sehr cool. Nurgle-Conscriptions. Mehr Demons. Also Nurgle-Demons, generell Demons, richtig cool. Poxwalker. Über die Karte möchte ich ein bisschen reden, weil diese Karte könnte Legacy-Play sehen. Und mein YouTube-Channel besteht ja relativ viel aus Legacy, weil ich Legacy liebe. Und ich hoffentlich auch. Wenn nicht, vielleicht tut ich es irgendwann. Dementsprechend gucken wir mal rein. Poxwalker ist ein 3-männer-3-1er mit Death-Touch. Und wenn wir irgendwas aus dem Friedhof casten, irgendwas, kommt der mit ins Spiel aus dem Friedhof. Richtig stark ist mit Gravecrawler, weil er ist ein Zombie. Das ist so stark. Oh mein Gott. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Hier sind Demons. Das sind diese strange Demons. Die sind wirklich strange aus, das Ding. Talia of Nurgle. Venomcrawler. Ist auch sehr cool. Spirink-Champion. Bloodthirster. Dark Apostle. Ich finde es auch sehr cool, wie sie wirklich die einzelnen Sachen mit reingebracht haben. Ich finde bei Chaos zum Beispiel, sie haben so ein paar Stratus drin. Mit den Dosen halt. Und sie haben halt auch Demons drin. Und gerade bei Demons richtig, richtig cool. Also sie haben die Chaos Space Marines, beziehungsweise die Chaos Armee, Chaos irgendwas, haben sie sehr cool reingemacht. Mir fehlt so ein bisschen Orkse. Aber die kommen ja als Secret Lair. Und mir fehlt so ein bisschen Elder. Ich mag Harlikans. Ich mag sie nicht zu bemalen. Ich mag sie aber zu spielen. Und die fehlen. Komplett. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine Elder und Dark Elder. Wäre halt vielleicht ein cooles Versus Deck. Aber die gibt es ja nicht mehr, die Versus Decks. Leider. Hier haben wir ein Legendary Equipment. Echo of First Murder. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilen wir bis zu einer Kreatur. What? Die ausländerte Kreatur kriegt bloß X plus 0, weil X die ganze exilte Kreaturen-Power ist. Starke Karte. Richtig cool. Hellbrood. The Horrors. Heresy. Ein eigenes Format eigentlich bei denen. Sehr, sehr cooles Teil. Age Opponent. Kriegen wir eine Kontrolle drüber. Wir ziehen eine Karte. Kill. Mame. Burn. Das ist die Preview-Karte von Funk Royale. Größe gehen raus. Sehr, sehr netter Streamer. Kenne ich noch von ganz, ganz früher, wo er während Let's Plays seine Wände eingeschlagen hat. Ähm, naja, lassen wir das. Äh, ja. Wir haben noch Lucius Eternal. Hier kommen wir jetzt wieder an diesen Punkt, wo halt wieder so zweifarbige Commander-mögliche Legendary Creatures drin sind. Die Tafese ganz cool sind tatsächlich. Hier sehr cool. Muldav ist ganz cool. Pink Horrors. Pink Horrors sind für mich absolute Horror. Sie sind pink. Ich mag pink. Aber das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Pink Horrors sind ganz schlimm. Runes Power. Zanguwa-Schamane. Die Zanguas. Ich dachte immer, die Zanguas wären so ein Ding in Age of Sigmar. Egal. Zanguas gibt's wahrscheinlich auch hier. Anscheinend. Ich, wie gesagt, dachte, Zanguas sind... Ne, Zanguas waren nicht. Zanguas waren doch die von den Sandmenschen, oder? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Wir haben hier die erste Karte, die ihr schon kennen solltet. Das ist Past in Flames. Richtig coole Karte aus dem Legacy Storm. Für vier Mana können wir Instant Sorceries und Freedom Cast mit Flashback. Die Crew of Pain. Damals ein Staple in jedem meiner Decks. Der und Imagine of the Liveswap. Der, wo man eine Macke unternehmen konnte und all Kreaturen aus der Hand ins Spiel bringen konnte. Und Gebratzer der Bramwurm. Das war mein Deck. Blasphemies Act. Richtig cool hier mit dem Chaos Space Marine da drauf. Richtig nice Chaos Warp. Darf natürlich in einem Chaos Deck nicht fehlen. Refiberate. Auch sehr cool. Chromatic Lantern ist hier drin. Krass. Krass. Und dabei ist das hier nicht mal das teuerste. Sondern ich glaube sogar das günstigste. Herald of Cinge. Nurglerod. Auch finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Einfach nur, weil wir einen 1-3-Demon kriegen. Named Blackbearer of Nurgle. Nurgle, Nurgle, Nurgle. Nurgle, Nurgle, Nurgle. Andere Kreaturen, die wir konnten haben. Trampel. Starke Karte. Oh mein Gott. Die ist wirklich gut. Bloodcrusher of Khorne. Khorne ist auch ein cooler. Nicht so cool wie Nurgle. Aber, naja. Also, wir haben Blood for the Blood God. Und Skull for the Skull Throne. Und sowas. Herald of Slanish. Slanish haben wir auch. Mit den ganzen Dämonen und so. Noise Marine. Richtig cool. Sick of Slanish. The Lost and the Damned. Bileblight. 2-Mann-A-Kreaturen-3-3. Jetzt kommen wieder an Karten, die wir kennen. Ich wollte gerade sagen, Bileblight kenne ich. Soul Suit. Das haben sie cool gemacht mit dem Soul Suit. Oh mein Gott. Das ist eine richtig coole Idee. Der Soul Ring gefällt mir sehr, sehr gut. Wie immer haben sie die Soul Ringe selber gemacht. Talisman of Creativity. Kalisman of Dominance. Talisman of Indugl... Induglänze. Powerstone. Worn Powerstone. Ist kein Powerstone. Finde ich sehr schade, dass der Worn Powerstone kein Powerstone ist. By the way, Wizards. Danke. Das nachholen. Baron Moor. Crumling Necropoli. Ja. Temple of the Fallskorn. Geil. Mit dem Artwork. Geil. Hammer. Brainst. Uh. Das ist hübsch. Das ist richtig hübsch. Das Brainst. Darkrit. So viele Legacy Staples sind in dem Deck. Krass. Also für ein Commander Deck. Command Sphere. Wavefarers Bubble. Tower. Auch hierher. Alles schön anders. Forgotten Caves. Park of Anstree. Auch hier drin. Krass. Time of Spence. Dann haben wir Mountains. Sumpfe. Swumps. Und Inseln. Boah. Das war das Deck. Ähm. Ich bin ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Weil, müsste hier nicht auch Blood for the Blood God? Da ist doch Blood for the Blood God. Ich bin so blind manchmal. Blood for the Blood God. Blood for the Blood God. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen, wie gesagt, gerne einen Daumen da lassen. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich weiß, dass irgendwie 50 bis 60 Prozent der Leute, die mich gucken, nicht abonniert haben. Was ich ein bisschen schade finde. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim, beim mir zugucken, wie ich mich hier durch, äh, stolpere. Weil ich echt nicht so der Warhammer-Fan bin. Also Fan schon, aber nicht Fanatiker. Egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.